Viele fragen mich, wie hast du eigentlich immer so gute Laune, Sturmwaffen? Und darauf kann ich nur eine Antwort geben. Eine Antwort. Und zwar, gute Musik. Und zwar, gute Musik. Und zwar, gute Musik. Gibt es anders, wenn es uns gefällt? Lass den Daumen nach oben da. Habe ich schon gesagt, ne? Das wird das beste Spiel ever! Okay, gut. Lass mal. Los geht's. Hallo Mr. Schwein. Hallo Mr. Schwein. Guten Tag. Guten Tag Mr. Schwein. Wie geht es Ihnen Mr. Schwein? Ich hoffe, es geht Ihnen gut Mr. Schwein. Wie heißen Sie? Was sagen Sie? Sie sind der geheime Bruder von Edgar. Von Mr. Edgar. Nein! Wie heiße sie? Döner Döner 3,50 Döner 3,50 ist das! Geil! Läuft bei mir! Es geht hier schon darum, wie ihr seht dass wir hier so eine... Das wäre meine Fresse Jetzt gucken wir mal direkt in den Poppes Dass wir hier ganz viele Optionen haben Ganz viele Optionen haben Und damit eben unseren guten Döner 3,50 auch komplett aufwerten können Zum Beispiel haben wir hier eine Box Die Box können wir hier mal hinten dran hämmern Triangle Warum nicht? Ne, okay, egal Tun wir mal hier drauf Tun wir das mal hier drauf Yeeeey Glaubt das schon? Hallo, guten Tag Jetzt? Back to build Was ist das? Ah, okay Amazing! Gut, okay, das machen wir am besten irgendwie nochmal What the fuck? Da kommt das Ding da dran, da fliegt er auf jeden Fall Amazing again! Okay, gut, das scheint wahrscheinlich zu klappen Aber Moment, das ist doch dann sowas, was so hoch hebt, oder? Kann ich das auf den Rücken machen? Oh Gott! Was ist das? Oh, man kann das auch drehen? Oh, oh, hello Top Head? Ahahahahaha 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 Well, good day to you, sir! Would you like a cup of coffee? Ahahahahaha 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 Kann man, kann man noch mehr? Ahahahahaha 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 Er hat den Hut fallen lassen Ahahahahaha Nein, Hut Geh noch nicht Oh, wir haben gerade fast gerülpst Das meine ich jetzt Okay, was könnte uns denn noch fehlen? Ach, wir haben Wii Guck dir das an, Alter Picchu Jetzt läuft bei uns Zieht euch das rein Wo wir fahren? Wo wir fahren? Jajuuu Kann ich jetzt so lenken? Können wir lenken? Ich möchte gerne zum Traktor vielleicht mal lenken Ach guck mal, es geht Es geht Nee, nee, nicht so viel lenken 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 Schwein So Haben wir das mit dem lenken Ey, yo Ich bin jetzt so im lenken Fliegen jetzt Ey, nee Was hab ich denn getan? Ich wollte nur lenken So Gut, okay Gut, dann haben wir jetzt so Ah, guck mal Das geht sogar Guck mal, die heben sich sogar auf Wie toll Nee Ey Ich schwöre dir Ich finde dich Und dann Mach ich aus dir Hühnerfrika Nee Ich hab dir gesagt Du musst weg Du kleine Tomate Tomate 52 Ich weiß, wo das Problem liegt Wir haben nicht genug Power Mehr Power, mehr Leistung Gleich schon mehr Antrieb Aber Er fliegt Ja, es lag an der Steuerung Nein Ah Jetzt Jetzt Nee Hey In die Brunnen Ich schwöre Nein, okay, alles gut Alles gut Alles gut Ach, das ist doch jetzt ein Witz Ich mach jetzt ein richtiges Flugzeug Guck mal, alles weg hier die Scheiße Fleisch Wie süß Wie süß er ist Mit schicken Kindern Du kriegst natürlich auch noch Einen netten Hut Du kleiner Arsch Der Arsch Der Arsch Oh mein Hund Oh mein Hund Zack, Alter Hu, hu, hu Jetzt Es gibt Torpedos Reicht schon Mehr brauche ich nicht Los Fick, fick, fick Irgendwas Gewonnen Ja Die Heine Die Verpisst Kennt ihr das, wenn Wenn sich ein Spielen Was nicht so dreht, wie ihr wollt Dass es sich dreht Nein Nein Da zwei Was ist das Ach komm, scheiß drauf fliegen Pfff Ja, ich mein Hab ich gesagt, dass ich ein guter Bauer bin Oder was Was ist das Idee 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 Jetzt hab ich gewinnt Ganz klar Nobelpreis gewinnende Idee Ich bin noch nie weiter gekommen Ich schwöre so Ich höre nicht auf Bevor ich das nicht hinbekommen habe Ich spiele jetzt eine halbe Stunde, ne Ich höre nicht auf Ich schwöre es dir Es hebt nicht ab Komm schon Piggy Komm schon Warte, warte, wir beschleunigen noch Wir beschleunigen noch Wir beschleunigen noch Immer noch Da hinten kommt ein Hügel Das könnte vielleicht unser Ding sein jetzt Das könnte es vielleicht sein Das könnte es vielleicht sein Zieh hoch Zieh hoch Zieh hoch 90 Nein Nein Ich hab irgendwas bekommen aber Ich hab irgendwas bekommen Mehr Speed Mehr Speed Ach Crap Nein Okay, langsam Okay, irgendwie klappt es gerade nicht mehr Da ist das Ding Da ist das Ding Jetzt haben wir ihn wieder Jetzt haben wir ihn wieder Zieh schon Warte, 99 Wir haben die 100 Er zieht immer noch nicht hoch Das ist das große Problem, Leute Er zieht immer noch nicht hoch Warum ziehst du nicht hoch, Piggy? Nein, Baum Baum, Baum Wir fliegen Ja Das ist für mich, das ist für mich Fliegen Ihr könnt mir mal schlägen Alles zusammen Ich bin geflogen So meine Freunde Erleichter und Seitenunterhaltung Wenn euch das gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Mir hat es sehr viel Spaß gemacht Link zu dem Spiel ist in der Beschreibung Ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt, Alter Ich bin richtig am Ende Ich werde das auf jeden Fall weiter machen Tschüss einfach